Wir sind hier im Mellow Park bei den National Finals von Red Bull Half Court, dem schnellsten 3 gegen 3 Basketballturnier der Welt. Bei Qualifiern in München, Frankfurt, Köln, Hamburg und Berlin haben sich insgesamt 20 Teams qualifiziert, um heute das eine Ticket für die World Finals auszuspielen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, im Auftrag des ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020